Und natürlich auch die Lehre des Buddho, wiedererweckt von Mahatera Dr. Georg Grimm, dem ich dieses Buch gewidmet habe, das Buch des Lichts, und natürlich auch Helena Petrovna Blavatsky. Ich fahre fort mit dem Buch des Lichts. Dieses Zentrum aller Manifestationen, des gesamten Universums, mit allem darin, ist unerkennbar. Da es der Ausgangspunkt und die Basis aller erkennenden Wesenheiten ist, und weil jeder Erkenntnisvorgang immer vom Erkennenden, also der Wesenheit, zum Erkannten, also den Beilegungen der Wesenheit, erfolgt. Kommentar In dieser Weise erkennen wir unseren Körper, klammern uns an ihm. An ihn. Und dieses Anhaften, so lehrt der erhabene Buddha, führt natürlich zum Leiden, wenn man nicht das rechte Wissen hat und versteht, dass man da an etwas haftet, was einem wieder genommen wird. Also wäre eine Lösung des Problems, das Wissen zu erlangen und Weise anhaften, also Maß halten in allem. Ich fahre fort mit dem Buch des Lichts. Also kann das, was erkennt, nicht erkannt werden. Muss ich gleich wieder Kommentar sagen. Wie beim Autofahren kann ich nur erkennen, wohin ich fahre, wenn das Licht des Wagens von mir wegstrahlt. Zu dem, was ich erkennen will, die Straße, die Häuser und so weiter. Andere Autos, Passanten. Und bei Tag ist das selbe, auch wenn das Licht nicht an ist. Nur jetzt in diesem gleichen Mal muss also ein Erkennungsvorgang immer weg vom Erkennenden sich vollziehen. Und damit, natürlich greift wieder eins ins andere, meine Lieben, ist jedes Selbsterkenntniskurs eigentlich ein Schwindel. Man kommt dann nach einer Woche zurück und sagt, herrlich, jetzt habe ich mich selbst erkannt. Einige tausend Euro erleichtert manchmal, wenn es teuer wird. Und plötzlich schleicht sich der Irrtum wieder ein. Aber man erinnert sich an die Illusion, dass man glaubte, sich selbst erkannt zu haben. Und was macht man? Man besucht den Kurs wieder und so weiter und so weiter, meine Lieben. Das Nichtwissen ist der Grund, warum wir hier sind. Und die Wahrheit wird euch befreien, sagt Jesus. Und von dieser Wahrheit sprechen wir auch hier. Und ich fahre fort mit dem Buch des Lichts. Und darum soll man sich ja auch von Gott kein Bildnis machen. So kann man sich selbst also nie finden oder erkennen, sondern immer nur das, was man essentiell nicht ist. Ehre sei dem Buddha, dem Größten aller Menschen und Götter, den er überwandt. Alle Bindung an alle immer vergänglichen Beilegungen, sei es der Körper eines Tieres, eines Menschen oder gar die feinste Geisthülle eines Gottes. Kommentar, denn wir wissen, dass auch die Himmel vergänglich sind. Auch die schönste Seligkeit im Himmel ist eine vergängliche Illusion, an der man, wenn man das Höchste will, die wahre Freiheit, die wahre zeitlos ewige Unsterblichkeit, an der man dann, auch an dieser Himmelsebene, nicht mehr haftet. Wer es zu fassen, vermag, der fasse es. Ich fahre fort mit dem Buch des Lichts. Mula Prakriti Parabrahman ist das ewige und unerschaffene Prinzip von Nirvana. Wohin alles, was wahr ist und sein wird, absorbiert wird, um periodisch Geist und Materie zu werden. Kommentar. Nach Buch des Lichts ist auch der Geist nichts weiter als feinstoffliche Materie. Wenn wir manchmal aber zu der Monade der Wesenheit selber Geist sagen, kommen wir dazu, dann natürlich vorausgesetzt, dass derjenige, der das hört, das auch im rechten Zusammenhang versteht. Ich fahre fort mit dem Buch des Lichts. Mula Prakriti ist das ewige, unerschaffene Prinzip allen Geistes und aller Materie oder vielmehr der Urstoff, die präkosmische Wurzelsubstanz jenseits der Nulllinie, schreibe ich hier, um die Wesenheiten in Geist und Materie zu kleiden, entsprechend ihres Verlangens und ihres Karma von vergangenen Weltenperiode. Kommentar. Hier sehen wir zum ersten Mal, wie ich das Wort Geist benutze, aber diesmal eben als Geisthülle, der Monade, diese Hülle, an der die lieben Brahmanen oder Brahminen immer noch haften, weil sie das als das Höchste, ja, erkennen. Aber der Buddha hat sich auch davon gelöst. Ehre sei dem Erhabenen. Ich fahre fort mit dem Buch des Lichts. Zusammenfassung unter parabrahmanischen Gesichtspunkten. Parabrahman heißt nichts anderes als jenseits der Monade, der Supermonade. Jenseits dieser ersten erscheinenden Struktur. Eine Zusammenfassung. Beim Wiedererwachen des Universums. Ich fahre fort mit dem Buch des Lichts. Das Universum, mit allem darin, erwacht aufs Neue. Da sind alle Wesenheiten noch absorbiert oder in Nirvana. Es ist eine Schwingung, es ist eine durch Verlangen bedingte Schwingung, die die Wesen, das sichere Heim, die Zuflucht, wie der erhabene Buddha es nennt, verlassen lässt. Mola-Prakrit ist ewiger, unerschaffener, präexistenter Urstoff existierend, um alle Wesenheiten entsprechend ihres Verlangenszustand und auf verschiedenen Ebenen von Geist zu Materie einzukleiden, von nicht-atomar zu atomar-molekular. Kommentar. Wir sehen hier wieder, wie ich sage, auf verschiedenen Stufen von Geist zu Materie. Eigentlich hätte ich auch sagen können, von feinststofflicher Materie zu dichtstofflicher Materie. Ich habe aber hier diese aurische, erste, ganz feine, super feinstoffliche, mit unseren Sinnen nicht wahrnehmbare, Hülle, diese Umhüllung, die nenne ich jetzt mal die Geisthülle. Manchmal sage ich auch zur Monade Geist, aber da meine ich etwas anderes. Wir müssten uns ein bisschen jetzt schon daran gewöhnen. Phase 1. Wann ist diese Phase? Vor 155 Billionen, 522 Milliarden, 169 Millionen und einige tausend Jahre. Warum einige tausend? Weil diese Rechnung vor Christi ist. Wir haben jetzt 2014. Also müssten wir 2014 Jahre dazu zählen. Dort, meine Lieben, beginnt das Wiedererwachen des Universums. Kommentar, liebe Wissenschaftler. Sucht nicht nach einem Anfang. Es gibt ihn nicht. Sucht aber nach einem periodischen Wiedererwachen, nach einem relativen Anfang. Dann sucht ihr richtig. Aber jetzt noch eine zweite Botschaft vom Buch des Lichs, die viele Wissenschaftler schockiert, sodass sie das Buch oft, wie einer sogar mal das gemacht hat, der mir geschrieben hat, an die Wand geklatscht haben. Aber ich kann es nicht ändern. Es ist so. Dieser Ursprung des Universums, wo dieses Erste stattfand, da werden Zillionen von Dollar und Euro ausgegeben mit Raketen. Fliegt man ins All und sucht diesen Ursprung. Hier ist er, dort ist er, da ist er. Und man ist dort so unwissend, wenn wir freundlich sein wollen, wie eine Ameise. Wie eine Ameise oder ein zweidimensionales Wesen, das auf der Oberfläche einer Kugel den Kern sucht und sagt, da ist er, da ist er, da ist er. Wo ist der Ursprung, wo ist das Wiedererwachen, dieser Ort, meine Lieben, wo das Wiedererwachen zuerst stattfand? Es ist in uns. Der Wissenschaftler muss, wie früher der Alchemist, nicht mehr ein Experiment machen, er muss das Experiment werden. Und das kann er nur werden, indem er sich eben, wenn dieser Ursprung in uns ist, natürlich von allem Äußeren löst. Nicht durch Selbstmord, sondern durch Meditation. Das heißt, ein Heiliger ist in seinem Wissen unbeschreibbar höher als jeder Wissenschaftler, zum Beispiel betreffend den Ursprung des Universums. Denn der Heilige berührt direkt die Zuflucht, das Zentrum. Das heißt also, in uns allen ist dieser Ursprung nirgendwo da draußen ist er. Und je weiter wir meditieren, umso mitleidvoller werden wir auch umso liebender, natürlich nicht liebender, wie ich das manchmal in meinen Liedern beschreibe. Das ist ja immer noch eine Form der anhaftenden Liebe. Auch sehr schön, aber wahrscheinlich eine Zwischenstufe zur Waren, welche aus der totalen Loslösung kommt. Und da erfahren wir, ich bin Gott. Wir alle sind Götter im Werden, meine Lieben. Ich fahre fort mit dem Buch des Lichts. Parabrahman, dieser Phase 1, die ich angedeutet habe, die ich gesprochen habe, verursacht einen ersten Impuls in Richtung Mula-Prakriti oder Wurzelmaterie oder Urmaterie, die sich daraufhin in sieben kosmische Ebenen teilt, gefüllt mit Skantas, permanenten Verlangensatomen aus der letzten kosmischen Manifestation der vergangenen bzw. vorhergegangenen Weltenperiode. Wichtig zu wissen, schreibe ich, schwer zu verstehen, alles existiert immer in Abstraktion. Kommentar, und darum ist es ja so wichtig, dass wir als Kinder in der Schule zunächst einmal Mathematik lernen. Das ist eigentlich das Erste, was wir lernen. Denn Zahlen leben auch. Mehr will ich jetzt im Augenblick dazu nicht sagen. Jetzt kommen wir zum ersten Impuls, der ziemlich nah an die Phase 1 kommt, sozusagen als Übergang. Denn ihr wisst ja, meine Lieben, die Supermonade, deren Aufgabe ist es, die Wohnungen vorzubereiten für die Wesenheiten, die danach kommen. Und da ist eine Zeichnung im Buch des Lichts, auf Seite Römisch 16. Da sehen wir sieben kosmische Ebenen, von denen die vierte unser Universum ist bzw. sein wird. Und rechts von der Zeichnung sehen wir Mula Prakriti genannt und dann die Skantas. Also viele kleine Punkte. Das sind Speicherpunkte, das sind Energiepunkte. Nach dem Mayerschen Gesetz der Erhaltung der Energie oder von der Erhaltung der Energie kann Energie per se nicht verloren gehen. Hier erwacht sie wieder beim Wiedererwachen des Universums, welches natürlich kein erstes ist. Vor diesem Wiedererwachen gab es eine Periode der Ruhe, vor dieser eine Periode der Aktivität und so weiter, wie der Mensch auch am Tag aktiv ist, arbeitet und so weiter, nachts schläft und am nächsten Tag wieder aktiv ist. Wie oben, so unten, genauso mit dem gesamten Universum, welches, wie wir noch erfahren werden, ein riesiger kosmischer Organismus ist, von dem wir Teile sind. Und da sehen wir wieder die Bedeutung des Körpers Christi, die wahre Bedeutung und so weiter und so weiter. Ich fahre fort mit dem Buch des Lichts. Phase 2. Der Phase 1 unmittelbar folgend. Parabrahman verursacht einen zweiten Impuls in Richtung Mula Prakriti und bewirkt, dass sich nahezu endlos viele vorher absorbierte Wesenheiten in einem Punkt, um die für diese Weltenperiode höchst entwickelte Wesenheit, in Anführungszeichen Gott, ansammeln und in die Urmaterie geschleudert werden. Und zwar durch diese Wesenheit hindurch. Meine Lieben, ein Kommentar ist wieder nötig. Jungfräuliche Befruchtung oder kann eine Jungfrau ein Kind bekommen? Oder wie, warum lehrt man das in der Bibel? Viele, die natürlich nur, sagen wir mal, Materialisten sind, die lachen darüber. Wir haben hier den ersten jungfräulichen Befruchtungsvorgang. Die Supermonade berührt Mula Prakriti, die Materie, befruchtet sie. Und wieder einmal werden alle Wesenheiten herausgeschleudert und müssen für 311 Billionen 40 Milliarden Jahre lernen, dass sie Götter im Werden sind. Ich fahre fort mit dem Buch des Lichts. Parabrahman, also jenseits der Monade, man kann auch sagen der Urgrund, zweiter Impuls, der Urstoff, welcher nahezu endlos viele andere Wesenheiten oder Monaden enthält, die ja jetzt durch die Supermonade in die Urmaterie gefallen sind, sie auch befruchtet haben mit ihrem Verlangen. Kommentar, wie oben, so unten.